Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, für meine Tageslichtloses Badezimmer. Es ist wirklich hell und gnadenlos, also genau das Richtige zum Schminken. Endlich keine bösen Überraschungen mehr, weil die alte, gelbliche Glühbirne alle Farben verändert. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.